So, wieso ist das Spectator sogar reingegangen? Wir haben gerade rausgemacht. Macht mal alle bitte RTV. Nein. Ja, bitte mal alle RTV in den Chat, einen Chat mit den anderen. RTV macht euren Computer kaputt. Okay, Moment. Drückt mal alle RTV. Ja, ich bin Detective, motherfucker. Ich bin auch Detective, motherfucker. Okay, ich bring dich ja. Arnost, bist du da? Ach, Bild KOS. Ach, Bild KOS. Wer? Ja. G-Hot. Wow, 27, okay. Okay. Du meinst, du kriegst ne Haste, da ich nicht da. Scheiße, schau mal. Ach, Hilfe. Ach, für ne Jesus, sorry. Ja, B-Will weißt schon. Ja. Ja. Letztes Abendmahl und so, der ganze Blödsinn. Wo geht's eigentlich mit dem Aufzug kennen? Nach unten. Äh, nach unten, da wo du nicht hinkommst. Ja, scheiße, bisschen hergesprungen. Äh, nein. Grün-Tippmann. Hi, grün-Tippmann. Ja. Detektiv, dass ich keine Hälfte schon haben. Echt's Fisch? Nein, hörst du nicht, Farrak. Bitte, ich bin doch die G-Hat fast gestorben. Äh, ich bin unten. Ich bin unten. Und wenn ich umgelegt werde, war es grün oder Zero? Nein. Ich bin ein Puren, du dasselbe für mich nicht umlegt. Hier, der Miki und meine Heal Station braucht neben dem Pfeil. Wenn ich tot bin, war es Mr. Muffin oder Zero? Ich bin immer noch Puren-Grün. Nein. Doch. Wie kommst du es? Bist du mir gerade hinterher gejoint, oder? Äh, wir sind hier schon ein bisschen länger. Hat jemand ne Waffe für mich von der Focke? Wenn ich sterbe, ist es Negro Shade. Im Aufzug. Loll. Ich bin zwar nicht der Negro Shade, aber danke dir. Ah, ha, 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 ha. Ähm. Leute, wenn ich hier sterbe, Negro Shade ist bei mir. Nur er. Was habt ihr über Judo gesagt? Ja, ich protecte dich von oben. Judo ist kaum. Judo ist kaum. Alter, Muffin, blockt nicht. Ich block nicht, ich legge. Und mich was sagt. Alter. Judo ist tot und der war kein Tee. Wer hat den in KS gesetzt? Wahrscheinlich hat jemand da auch angeschossen worden. Ich kann mal nicht. Ich hab gleich damit schock. Ach komm schon. Kapitän, jetzt hat Judo das gezählt. Er hat ein bisschen gezählt. Es ist okay. Nur mit es dazwischen. Das wäre die Helmstation. Äh. Bleib mir nicht an. Das wäre den Rass, genau. Ähm. Ich hab eine lag. Ja, hast du gerade die Bombe scharf gemacht? Ja, ich hab. Wieso steht da vorne geplant und... Ach, ich spring mich um. Also, irgendeiner ist hier neben mir gestorben. Oh, shit! Oh, shit! K.O.S. Hex! Hex K.O.S. ich bin ganz allein wer ist okay ich habe einen Knife wieso hast du einen Knife? weil ich das aufkommen habe und wer ist jetzt Chaos? du du nein ich bringe dich damit jetzt um tu einen scheiß Knife weg nein und? ich kann jetzt das Gefühl treffen ich bin ganz allein wer ist noch alles da? hallo kill den mal habt ihr kein radar? Leute seht ihr den echt nicht? wo ist denn der? wer ist denn der? wer ist denn der ghost? wer ist denn der ghost? wer ist denn der? wer ist denn der? wer ist denn der? hey ich wusste nicht dass er davon steht warte ich töte mich selber als gerecht schön gemacht ich hole es weg hierher und dann kriegst du auf die fresse ich bin prove wenn man aimt muss man dann mit der kimmer und kauf ziehen wenn man aimt muss man dann mit der kimmer und kauf ziehen ich muss kauf es wer? alter was soll der scheiß? ich komm in die tür rein und werde fast abgeknallt ach der ist ein traitor ach der ist ein traitor ne crush hey das war ein traitor total cool du hast ihn gekillt ich hab einfach nur direkt die du das ist uncool uncool ich geh da mal wieder vom dach springen ne aber danke für den rdm ich habe ein dna scanner und um i'm gonna scan you ein doch okay wenn die du 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 Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Was der? Was der? Er ist einfach so legend. Er ist einfach so nett. Was der? Was der? Was der? Das war's brillant. Spannungsgerald If you don't listen to me, oh shit. Fuck! Ha-ha-ha-ha. Quickest game of TTT-MeLin. Negra shit, that was just the best of the game.